Chalvea kocht. Heute Kochbananen-Pommes. Erstmal muss man die Bananen schälen. Das sind wirklich spezielle Bananen, Kochbananen, in diesem Fall grüne, die schon ein bisschen gereift sind. Das Schälen dauert richtig lange, das hängt nämlich echt doll all das Fleisch an der Schale dran. Das ist mit ganz schön viel Kraft verbunden. Dann schneide ich das Ganze in Pommes, große Stücke. Dann wird es gewürzt mit Paprikapulver und Salz. Nach Belieben mischen. Kokosfett in der Pfanne warmmachen. Pommes rein und anbraten. Das macht die ganze Sache von außen schön knusprig. Und gibt dem Ganzen ein bisschen Röstaroma. Muss da noch ein bisschen Fett nachgeben. Dann wird es aufs Backblech gepackt und nochmal bei 180 Grad für 20 Minuten gebacken. Und dann sind die fertig. Vom Ende habe ich leider kein Bild. Ich war zu hungrig. Guten Appetit und viel Spaß damit.